Hallo meine Lieben, heute mache ich die eklige Trink-Challenge und ich tue mal erstmal meine Freundin nämlich. Hi, ich bin Caro, ihre Freundin und ja, wir haben dann auch noch einen Belschiker. Und zwar die liebe Susi, mein Tunis und ich bin die Patentante von ihr, weil wir ihr beste Freunde sind und der Bruder ist gleich damit vor. Ja, ich freue mich, aber vielleicht kommt er ja mal in einem nächsten Video davor. Ihr seht, ich bin jetzt nicht mal bei mir insgesamt egal, sondern ich sitze hier auf einem Tisch und zwar bei Caro zu Hause. Und ich würde vielleicht, wenn ihr mal öfters hier drehen wollt, dann gebt mal einen Daumen hoch oder schreibt es in die Kommentare, okay? Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß und Daumen nach oben. Oh, es krummelt, das ist mir gar nicht wichtig. Ich muss jetzt schon gleich. Und übrigens, abonnieren ist kostenlos. Soll ich zuhören? Ja, natürlich. Milch. Boah, lecker! Boah, lecker! Warte, das hat man voll gesehen, das ist hart. Aber ich bin auch nicht viel reinmachen. Ich habe gar keinen Bock auf Senf, Mann. Und ich sitze dieses Eis. Senf! Ja! Einer ist auf mich schon unend. Ey, wir haben hier sogar ein paar Kirschen, weil es sehr, sehr heiß ist. Ja, mittelscharf, na klar? Ja, Pflanzen! 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 Pflanzen-Creme. Was ist denn das? Drei Tropfen! Was? Ich zeig dir euch mal. Das sind Stützchen! Richtig hart! Wer weiß, wie das sieht wie ein Kuchen! Pudding! Oh nein! Zeig, zeig, zeig! Oh! Schoko-Pudding! 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 Milch-Pudding! Hau es jetzt wie zu viel rein! Reiß mal! Lecker! Das ist fennig! Nein! Du willst nur abkommen! Warte, lass uns so ein Schoko-Pudding haben! Jeeeee! Nein! Ein ganzes! Oder es muss nicht ein Schliere! Ein ganzes! Den bekommst du nicht! Ah! Ah! Er sieht aus wie selbst Pudding! Ah! Oh Gott! Mach weiter, Mann! Mach weiter! Ah! Das ist immer Spaß! Was ist immer Spaß? Hier sucht das einmal ein... Leckeres Kaffee! Ah! Du bist doch Spaß! Ist ebenfalls so mit einem... mit einem Pettig! Boah! Ich hör Suri kurz schön zu! Ah! Ich hör Suri kurz! Ich hör Suri kurz! Ah! Ich hör Suri kurz! Ah! Ende schmeckt... Ah! 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 Schmeckt alles egal! Ah! Paper disc... Fimi Mix... opletten... Guck mal... Ah... Eee! 数 프렘 riffs... Also, meine Leute, wir verabschieden uns jetzt mal aus diesem Video, denn auf uns wartet ihr wohl. Ja, und alles wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir müssen noch alles weg wollen. Und dann sagen wir mal jetzt tschüss, weil unsere Mutter guckt, also Karoline, die Mutter guckt, na dann, tschau.